Mein Name ist Jüla Nikolas, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Detikhofen. Ich war in der Doruklinik in Jestetten, weil ich einen wurzelbehandelten Zahn hatte, der sich allmählich grau verfärbte. Hier habe ich eine neue Krone bekommen. Zusätzlich wurden die Abdrücke von der festen Zahnspange auf meinen Schneidezähnen mittels Icon entfernt. Wenn ich mit Freunden unterwegs war und Fotos gemacht wurden, wollte ich meine Zähne schon gar nicht mehr zeigen. Ich hatte zunächst Bedenken, dass der betroffene Zahn gar nicht mehr weiß werden kann. Jedoch hat mir Herr Nedeljkovic diese Bedenken gleich genommen und somit hatten sich meine Sorgen in Luft aufgelöst. Herr Nedeljkovic hat mich sehr kompetent beraten, er hat mir alles ausführlich erklärt und seine lockere Art hat mich sehr überzeugt. Besonders gut gefallen in der Doruklinik in Jestetten hat mir, dass man sehr kurze Wartezeiten nur hat und dass die Behandlungsräume sehr hell und freundlich eingerichtet sind. Ich kann jedem nur empfehlen, der einen wurzelbehandelten Zahn hat, der sich allmählich grau verfärbt, diese Behandlung machen zu lassen, denn es war völlig schmerzfrei und es verleiht einem ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich fühle mich super wohl, ich werde ständig von Freunden und von der Familie angesprochen, dass ich wieder viel mehr meine Zähne zeige auf Fotos und ich kann wieder von Herzen lachen. Gehen Sie es jetzt an, denn es lohnt sich!